Hallo YouTube, wir haben einen GTA Online-Klisch gefunden, mit dem wir unter Wasser laufen konnten, abmalen und schießen, also alles, was man da oben nicht machen kann. Ja, wie wir hier reingekommen sind, das wissen wir eigentlich selbst nicht genau, nur wir sind halt ins Wasser gesprungen, haben in der Luft einen Gegenstand getroffen und sind halt tief von einem Buch aus auf ins Wasser gefallen. Und dann sind wir aufgestanden und dann waren wir da oben, dann schauen wir sozusagen nach Wasser. Also, wir wissen leider gar nicht, wie wir es hier gekriegt haben, wir sind echt Talenten, aber wir müssen nochmal berücksichtigen, ob wir das nochmal hinkriegen und dann ja, dann werden wir noch ein Video posten, wie wir das machen. Also, das war's noch schon, viel Spaß beim Ausprobieren und bis dann, ciao.